So, jetzt zeige ich euch mal ein besonderes Feature unseres neuen Photophonie-Podcasts. Ihr seht hier die geöffnete Podcast-Applikation auf einem iPhone. Und ich gehe jetzt mal in die Übersicht der einzelnen Folgen hinein. Dort ist jetzt die aktuelle Folge von uns schon vorgeladen und ich fange mal an, diese abzuspielen. So, ich fürchte, ihr hört den Ton der Folge jetzt nicht, was wahrscheinlich an der Aufzeichnungsart liegt. Wir machen hier ein direktes Screen Capture vom iPhone. Da scheint Ton nicht überspielt zu werden. Nun ja, dann ist das halt so. Kein Problem. Was ich euch zeigen will ist, jetzt läuft so im Hintergrund die Ansage und ihr wisst schon, ja, 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 ich habe die Folge halb gehört, ich möchte zu einem gezielten Kapitel springen. Und das ist was Besonderes. Wir liefern euch komplette Kapitelmarken mit. Das ist einfach ein Komfort-Feature. Das geht auch ohne. Aber jetzt könnt ihr zum Beispiel hier einfach durchblättern und schauen, okay, welches Thema interessiert mich? Wohin hatte ich zum Beispiel, bis wohin hatte ich gehört? Sagen wir mal hier, ihr hattet die Zahlen vom Kameramarkt euch schon mal angehört, die wir da besprochen haben. Und sagt, jetzt möchte ich gerne weiterhören bei der Stelle, was war denn morgens am Olympusstand los? So, und dann geht das auch los. Ihr habt gesehen, der Zeitstrahl ist auf 22 Minuten und, weiß nicht, paar Sekunden gesprungen. Und jetzt läuft der Podcaster weiter. Und jetzt stellt ihr fest, ah, Quatsch, das Kapitel habe ich ja schon gehört. Ich wollte natürlich gerne was jetzt hier hören, was haben die beiden Jungs denn für erste Eindrücke von dem neuen Objektiv zu vermelden. Also klickt ihr da drauf. Und schon springt unser Podcast an die Stelle 46 Minuten und 40 Sekunden und spielt da weiter. Also, wenn das nicht toll ist, dann weiß ich aber nicht, oder? Ja, das ist ja wohl hier eine heiße Sache. Und endlich unterstützt Apple das in seiner Podcast-App jetzt auch wieder. So, und deswegen macht uns das Spaß, das mitzuliefern. Und ihr habt einfaches Hören. Und deswegen hört ihr uns hoffentlich öfter und auch bis zum Ende der Folge. Viel Spaß dabei, haut rein. Dieter Bethke von der Fotofundi.